Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und der Tina auf der neuen Map unterwegs. Und ich habe ja eigentlich gestern gesagt, dass ich jetzt die Maps beim Namen nennen werde. Aber wenn ich sage die alte Map und wir sind auf Stillwater Bayou, dann wisst ihr ja, dass die alte Map Stillwater Bayou ist. Und wenn wir auf der mittleren Map sind und dann auf Lawson Delta sind, wisst ihr auch Bescheid, wo wir dann sind. Also von daher, weil es hatte einer in die Kommentare geschrieben, dass er nicht wüsste, was die alte, mittlere und neue Map ist. Ist klar, die neue Map konnte er zuordnen, aber die alte und mittlere konnte er nicht zuordnen. Aber wenn ich sage mittlere und du siehst Lawson Delta, dann weißt du Bescheid, beziehungsweise wisst ihr Bescheid. So, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Runde. Die Runde hat etwas ganz Besonderes und zwar, ich bin weder mit Pumpe noch mit Avto noch mit Sniper unterwegs, sondern ich hatte die Lebel Diopter. Die mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne und die ist auch super stark, wie ich finde. Warum seht ihr in dieser Runde? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haut rein, ne, haut nicht rein. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ja. Auf geht's. appropriate. Pfff! Heritage, mit dem? Ja. Guck mal, die haben trotzdem nicht gefixt, dass hier die Messer in der Luft sind. Jetzt ist hier ein Messer von euch in der Luft. Ja, drüben waren auch Schockbombs und so. Es ist einfach traurig. Wenn sie einen Hotfix machen, sollen sie noch richtig machen. Kriegen es halt nicht mehr hin, weil sie so viele Hunter und so drin haben, dass sie ihre eigenen Fehler nicht mehr gefixt bekommen. Möchte ich wissen, wie der Quellcode aussieht von dem Spiel. Das ist bestimmt eine Scheiße. Ja, da fällt keiner mehr durch. Und es wird immer schlimmer. Es wird darauf hinauslaufen, dass es irgendwann Handzwei gibt, weil sie es einfach nicht mehr geregelt bekommen. Oh, okay. Ash. Nee, doch nicht. Schade. Oh, Appa ist nicht so schlecht für die Lebelle. Weiß. Ich geh mal hier kurz die Häuser durch. Guck mal nach Muni. Ich brauche nämlich, ich müsste einmal reingreifen. Drei Muni-Kisten sind Minimum auch hier drin. Ja, ich will da keine Verbrauchung. Ah, hier ist eine hier draus. Komm mal. Komm her, du Schwein. Ich bin ja schon da. Ist gut. Was ist das denn? Wo kommt denn der Hypschmar mehr? Ach man, ich habe gerade Dings gedrückt hier. Ich weiß nicht, wo die ist, die muss hier draußen irgendwo sein. Ich habe eine da. Okay. Auch Heilung. Äh, habe ich hier unten irgendwo, ich glaube hier unten war. Das klang sehr melodisch. Vorne ist eine Lootbox. Hier ist ein Säckchen. Das ist schon weg. Bin ich sicher, was gehört habe im Norden? Ja, ich auch. Ja, Zombies. Na ja, die sind nur noch Wüten von uns. Naja. Ne, Gegner hier. Na? Voll hochkonzentriert gucke ich hier gerade aus dem Fenster. Da geht jemand eine Leiter hoch. Hier drüben drin. Bitte nicht in den Vorraum gehen hier, ja? Ja. Beide Seiten. Hab einen. Doe? In einem Haus da drüben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ob ich ihn habe, ich glaube aber nicht. Ne. Oh, ich muss los. Ah, die heben denn jetzt? Oh, ich habe Stacheldraht und Gift dabei. Warum habe ich den Stacheldraht und Gift dabei? Weil es wahrscheinlich den Snoper load ist. Ja. Ich lege da Gift dazu, ja? Hm. Ich würde hier unten ganz frech mitten im Raum Gift und Stacheldraht legen, ja? Falls sie uns pushen. Müsst nur dran denken. Hier, guck mal. Da liegt es. Hm. Ich glaube da eh rein. Ne, nicht rein. Ja, nicht beabsichtigt. Auf jeden Fall. Das ist mir schon klar. Wer soll nehmen? Ich würde ungern nehmen. Okay. Pass auf. Ja, 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 ja. Ist mir gerade auch noch eingefallen. Oh Mann ey. Denk dran. Also es ist halt, wenn die pushen, ist es halt sensationell. Ich stelle eine Lampe davor, dann seht ihr das, ja? Hm. An die Ecke da. Da steht jetzt eine Lampe mitten im Raum. Okay. Musst du sie anmachen, ist das Warnsignal. Und? Ja. Sind da hinten halt noch drei Stück. Weil im Haus einer etwa, ich glaube rechts daneben, das ist bestimmt die Felis. Die stand gerade schon rechts neben dem Haus. Die war schon mal tot, die Felis. Okay. Jo, die steht da tatsächlich. Ich sehe sie aber nicht. Ich sehe sie aber nicht. Das blöde hier an dem Haus ist, dass du auf einer Seite eigentlich nur so zwei doofe Fenster hast. Und das ist so leicht für den Gegner, die abzu-aimen. Ja, das stimmt. Und einer hätt. Ich musste mich, dich, mich, mein Gott, dich mal mit der Diopter hier oben drauf stellen. Hier habe ich mich jetzt einmal mit der Sniper draufgestellt und konnte da drüben alles wegschießen, bevor die nicht sehen konnten. Oh wohl. Zeig mal. Ja. Hier. Hier drauf. Hier auf den Ding. Kannst du da das Fenster sehen. Stimmt. Warte, ich muss erst die ob da ausklappen. Ja. Ach. Hier drauf. Ich habe den Pferden, wie es da noch nicht kommt. Kann ich aus dem Fenster gucken. Die sehen mich eher. Ja, ja. Die brauchen halt nur so einen kleinen Schlitz ab, ey. Ja. Das ist scheiße. das eckhaus dahinten das ist sensationell sonja dann bitteschön das mal fahre ich dir auch immer alle weg ok da hinten in dem haus ok zwei waren schonmal tot andere ist da hinten in dem haus mach nur ping weg der eine geht jetzt zu dem nein oh nein ich wollte ihn gerade erschießen da bist du davor gelaufen scheiße egal der ist aufgehoben worden ich bin nicht sicher ich glaube jetzt ist er aufgehoben worden da sind drei mann da drüben im haus welches fragte ich hätte so einer da drin die anderen beiden nicht gesehen leider war hier heilung drin ja ja in den unten in dem vorraum aber der ist glaube ich verträgt ich gucke erst mal hier hinten entdeckt ach weil ich gerade zu dir geguckt habe durch die wand da komme ich aber hin die pushen die pushen ja sind vorne hier im vorraum ok da kommt er nicht mehr durch hat er die aufgeschossen ja soll ich necro versuchen ja warte ich komme auch so dran ja danke gott du diye Ich habe mich nicht bemühen. Oh, Quatsch! Unten an der Tür? Achso. Da muss ich mich heilen. Denk da an die Falle hier unten, ne? Der steht da mit dem Bogen. Einer ist tot! Einer ist tot! Nice. Habe ich auch einen? Ja, ich habe auch einen, hier liegt er. Der ist nur noch der eine im Norden. Dann müssen wir uns den holen jetzt. Ja? Wie war das mit der Falle? Ja, immer noch in Ordnung. Mann, wer legt denn die Scheiße da immer hin? Oh, oh. Da ist er. Auf der Straße. Nach San Fernando. Nach San Fernando. Mann, jetzt laufe ich selber durch. Ich bin so ein Vollidiot. Da steht doch extra eine Lampe. Passt doch besser auf. Wo ist er denn? Ich habe keine Sicht mehr. Ja. Wo bist du hingerannt? Warte. Ich loote den hier für ne Sicht. Äh, für ne Sekunde. Immer noch da hinter dem blauen. Ah, ja. Ich ping mich mehr. Getradet? Ich habe nur deinen gehört. Äh, ja. Ist weg. Gut. Oh. Sehr schön. Danke. Geil, dass du den einen mit der Bombe ins Geholt hast. Richtig gut. Im Laufen. Du sagst, ist tot. Ich dachte, ich habe gar nichts gehört. Und dann fangen wir auf. Die andere Baumstier kommt. Die kommt. Nein. Doch. Wo sind sie? Äh, Church. Ja, ich habe Geiern. Du hast Geiern. 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 Ist schon spät. Wie viele hast du denn von den Dingern? Guck. Nein, der hat keine Muni mehr in der Lebel. Nee, schlecht, schlecht. Und hier oben drinnen müssten... Nee, gar nicht mehr. Das waren die ja, ne? Quatsch. Hier liegt jetzt einer mehr. Hinten liegt noch einer auf der... Äh, ähm... Südveranda. Hinten. Ich habe keine Heilung mehr. Verdammte Scheiße. Oh, oh, ist er los. Hinten auf der Südveranda. Hier. Ach, da. Okay. Soll ich mir die Armbrust nehmen? Ich weiß es nicht. Hm. Nee, ich will keine Armbrust. Habt ihr geschossen? Nee. Die sind da. Die sind da. Wir müssen hinten hoch. Hier, hier kannst du rein. Ja. Ja. Ich habe einen Verband bekommen. Ja. Nein! Wir haben uns bis beim Looten erschossen. Ich wollte auch noch eine Sekunde holen. Guck einmal kurz. Ich sehe, glaube ich, nur zwei. Hm. 195 und Westen. Und der eine ist da, gell? Ja, genau. Ich höre den. Da unten. Hä? Nee. Nordosten ist noch was. Da höre ich noch Schritte. Was ist da noch? Oh. Ganz schlecht. Du kannst mich überheben. Ja. Mann, ich habe heute... Carlos Chili Pimmel hat mich gekehlt. Ja, ja. Mann. Ich werde mich nicht mehr machen. Er ist hinten drin jetzt, glaube ich. Oh, geil. Ich habe nur gespitzt. Der eine macht den Schnöcheldraht weg. Einer tot. Nice. Da ist noch einer. Einer tot. Nice. Nur noch einer. Hab ihn! TINA! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Boah, alter Schwede. Ich dachte, das geht schief. Ja, alles klar. Oh Mann, ey. Hallo, Carlos. Chili Pimmel. Ja. Vielen Dank, wir springen. Oh, hier ist eine Crown. Möchte jemand die Crown? Ich glaube, ich darf die Libri nicht hergeben. Nö. Ich möchte nicht. Danke. Was gibt's, was lässt du nur liegen? Wie Winnie? Ach, die Winnie. Ja, dann auf jeden Fall. Wollte gerade sagen, also dann musst du... Geil, genauso wie eben. Same Procedure. Er ist tot und er rennt weg. Und war BOOM! Ja. Und er liegt genau beim anderen! Habt ihr euch jetzt gewinnt, hat die beiden? Ja. Ja? Okay. Er liegt genau beim anderen hier. Ja. Ah, den einen kann ich leider nicht looten. Wie geil ist das denn? Also, ihr könnt euch sagen... Ihr könnt euch sagen... Ihr könnt mir sagen... Also, ist auch egal, was ich sagen wollte. Hä? Erzähl! Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Lebelle ist einfach die beste Fernkampfwaffe. Nö. Es ist Geschmacksach. Mit der Mosin komme ich überhaupt nicht. Ich glaube, die Lebelle ist super. Hm. Ich mag die auch nicht so gerne. Die hätten mal nicht rüberkommen sollen, die Kackis. Nö. Ja gut, wir waren vorher noch ein bisschen zu gierig, ne? Ja. Wo wir C und A runter sind. Ja. Das stimmt. Das hätten wir nicht machen dürfen. Nö. Es gab eine Runde mit Sonja. Da hat Sonja rasiert des Todes. Da hat die richtig gut gespielt. Und Sonja hat aber leider ihre Kills nicht aufgenommen. Und Mark hat die Kills aufgenommen, aber hat die dann selber geschnitten und hat vergessen, den Ton reinzuschneiden. Nein. Jetzt habe ich die ohne Ton. Jetzt weiß ich nicht. Ich bin schon die ganze Zeit um überlegen gewesen, wie ich die am besten schneiden kann. Aber das ist halt echt scheiße, wenn du keinen Ton hast. An die Kills würde ich denken? Ja. Wir haben acht Kills. Meine Highlights sind Spiele am Boden und Spiele am Boden. Ja, die arme Sonja war jetzt nicht ihre Runde. Und wie gesagt, jetzt am Ende, ich habe noch eine sensationell gute Runde von ihr liegen. Da habe ich leider bei ihren Kills keinen Ton. Und da der Mark und ich in dieser Runde nicht viel gemacht haben und das eigentlich nur auf Sonja hinaus gelaufen ist, ist es halt schade, dass ich ihre Kills ohne Ton habe. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich meinen Ton oder so drüber packen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht toll werden. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht ihr zuliebe noch geschnitten bekomme. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das sehen könnt, wie sie da performt hat. Da war sie wirklich sensationell. Zur Runde. Es war eine richtig geile Runde. Ich mag die Lebel total gerne. Und die Lebel, die Opta ist sensationell. Und dann hat mir Sonja oben diesen Spot auf dieser Couch gezeigt. Das ist ja Wahnsinn. Bevor die Gegner dich da spotten, kannst du da erstmal einen abschießen. Das war schon sehr, sehr geil da oben. Das müsst ihr auf jeden Fall merken, wenn ihr Appa seid. Und die sensationell gestellten Fallen unten drin, ich sag's wie es ist, es war scheiße. Denn ich bin selbst reingelaufen. Das war so typisch wieder. Also ich hätte noch am Anfang gesagt, ach Tina, da läufst du eh nicht rein. Da lauf ich rein und dann lauf ich tatsächlich rein. Gut, dass ich es nicht gesagt habe. Aber auch blöd, dass ich reingelaufen bin. Ich hatte schon überlegt, das irgendwie rauszuschneiden, um das irgendwie zu kaschieren. Aber ihr müsst die volle Wahrheit sehen. Ja, Tina hat sensationell gemacht mit der Bomblance. Hat zwei Mann weggeholt. Einen vom ersten Team, der ist dann nach links gelaufen, übers Geländer und ist gestorben. Und den vom zweiten Team auch, auch nach links gelaufen, übers Geländer und ist genau an derselben Stelle gestorben. Richtig, richtig geil. Ja, war mal wieder was anderes. Diesmal nicht mit Pumpe oder Afto oder sonst irgendwas, sondern ein bisschen Fernkauf-mäßiger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt an meinen TeamSpeak, das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben mir das extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt ihr auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade, wenn ihr selber TeamSpeak-Mumble, Root-Server-Game-Server-Web-Server etc. sucht. Seid an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß. Guckt es euch mal an. Ich bin super begeistert. Unten Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns. Ich weiß noch gar nicht, ob ich heute Mittag streame. Eventuell nicht. Dann sehen wir uns. Wir machen das spontan. Guckt einfach im Stream rein. Oder guckt auf Twitch. Würde mich auch über ein Follow oder so freuen. 1049.de wie hier auf YouTube. So. Und jetzt. Habt einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns spätestens morgen. 9.30 Uhr. Nächstes YouTube Video. Wart rein. Tschüss.